Und jetzt gehöre ich mal ganz kurz die Tür zu. Guck mal kurz Kader an, ja, damit der reinkommt. Hey Siri, ich hab ihn gespülen. Ruf, ruf. Ruf, Kader. Ruf, Kader, Jüt an. So. Los. Oder ich raste. Los. Mein Irm, ich warte, war grad mies. Was ist los? Start mal neu, wenn du willst. Ich mach, Abo. Hm. Er explodiert. Ja, der geht grad nicht ran. Oh, ich hab nur einen Unterlauf gehört. Oh, sehr, sehr steig. Setz mal. Ich mach mal kurz die Insta-Story. Freunde, wir sind jetzt live auf Twitch. Freunde, wir sind jetzt auf jeden Fall live auf Twitch. Kommt vorbei, checkt ab. Wir spielen Warzone. Einmal Link in Video klicken. So, meine Freunde, wir sind jetzt live auf Twitch. Kommt gerne vorbei. Wir spielen Warzone. Einmal Link in Video klicken auf den Twitch-Link. Dann kommt ihr alle rein. Kommt rein. Boah, Bruder, ich wollte eigentlich noch essen, aber ich hab das nicht gepackt, deswegen muss ich jetzt im Stream essen. Ey, Adam, Bruder, wo bleibst du? Boah, Jungs, ich bin gleich da, Wallah. Ich muss nur, jawohl, kurz diesen scheiß Dienster schicken. Komm mal, brauchst du noch lange? Nein, nein, ich versuch das nur einmal rüberzubringen, dann bin ich fertig. Aber das klappt gerade gar nicht. Schmeckt? Das sind alle drei von heute gemischt. So, was läuft, Jungs? Oh, was geht gerade? Oh, wie geht's euch? Alles klar, Jungs? Ja, Bruder, bei dir. Ach, man, Hamdrella. Du hast gerade angerufen, ich war in der Runde. Wilden Sieg geholt, Bro. Hast du wirklich sogar? Wallah, Bro. Hast du eine große Warzone oder eine kleine Warzone gespielt? Kleine, kleine. Ach, du hast Solo vs. Squat geholt? Nein, 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 mit Random-Spieler halt. Ach so, okay. Bruder, das wäre schon klar, ey. Ja, Bruder, denkst du, Solo vs. Squat oder was? Ich hab das mal probiert, aber du kannst direkt ab. Ja, weil es halt keine Map ist, aber du musst halt bis zum Ende warten und dann die Teams irgendwie auseinanderkriegen. Eigentlich spielst du eh immer Solo vs. Squat, am Ende überlebt eigentlich immer nur eine und dann musst du eh ihr ganzes Wort kenten. Das hörst du gar, gell? Oh, shit. Adam, Bro, wie lange groß du noch? Warte, ich starte mein Computer, ne, Wallah, ich kann das gerade nicht öffnen. Soll ich dann schon mal Runde starten? Ja, ja, geh schon mal Runde, wenn Adam kommt, dann lieben wir einfach. Ey, meine Pfeife ist heute kaputt gegangen. Ich mir alles gut, dass ich da darf. Was ist denn deine Pfeife? Ich hab jetzt... Meine Pfeife ist heute kaputt gegangen. Die kleine? Äh, die weiße, Bruder, mit einem Anschluss. Oh, wie ist das passiert? Wo? Ja. Äh, nein, nein, Rauchsäule ist abgebrochen. Wir haben es mit Halsklebpistole zugeklebt. Aber es funktioniert noch. Ich probier grad aus, Digga. Jungs, kennt ihr die Grig? Die was? Die Grig. Ja, Bruder, die Waffe ist heftig. Die ist heftig, aber gibt's ja eigentlich auch Unternehmen, wo man einstellen kann, also wo man das personalisieren kann? Ja, Bruder. Aber ich glaube, das ist eine Cold War Waffe. Achso. Schade, Mann. Aber die kannst du auch benutzen, also die kannst du in deine Klasse reintun. Kann man eigentlich eine Cold War Waffe... Ja, ich hab die Krik 6 einfach getan. Also normale Märzspieler. Ich kann sie sogar benutzen. Kommt drauf an, wenn du Dings, wenn du MW spielst, kannst du das nicht benutzen, aber wenn du Cold War spielst, dann ja. Genauso andersrum. Kannst du, wie ich spiel. Ja, ich mein doch MW. Ja, ja, was gibt's denn zwei Multiplayer? Also ich krieg... Ich fehlt von der Grig, nicht von der Krik. Oder fähig ich denn was? Da gibt's so eine Grig 5,56 oder so. Warst das ein Sturmgewehr? MP warst das... Ja, ja, Bruder, ja, ja, ja. So, der Waffe ist Sturmgewehr oder MP? So, so. Ich muss mal gleich gucken. Weil ich weiß, was ich weiß, was ich meine. Meine Waffe wackelt ja übelst, Digga. Weil ich glaube, was du meinst, eine Cold War Waffe, Bruder, weil ich kenn die Waffe gar nicht so. Okay. Ja, die Krik 6 ist krass. Die hab ich grad. Die ist von Black Ops, also von Cold War, ja. Aber ich kann die auch dann bei Ausrüstung nicht mehr rumholen. Das geht schon. Mhm. Aber da gibt's noch eine andere, der Krik 5,56 glaube ich. Weißt du. Aber ich glaub, es ist einfach die gleiche Waffe, nur irgendwie modifiziert, als wenn der Mono hingehen, glaube ich. Es gibt ja so Bauchlehne. Weil 5,56 ist ja... Das könnte sein. Auf jeden Fall krank. Cranker shit. Aber theoretisch jede Waffe, die du hier aufhebst, gibt's auch beim Waffeneditor. Okay, ich guck dir das noch an, was ich auf Insta gesendet habe. Zelt, oder? Jetzt komm. Bruder, das ist so heftig. Ich will mir das auf jeden Fall holen. Wallah. Hast du gesehen? Ja, das ist der Doppelanschluss, ne? Ja, ich wollte zeigen, wie das funktioniert. Voll geil. Aber ich glaub, bei meiner Dings, ähm, Chucky mach ich das dann direkt ran. Also, ich kann ja dieses Teil da abnehmen und dann mach ich den direkt den Doppel ran. Ich kann grad nicht schießen, hä? Klar, mir sind zu viele Gegner. Neeein. Ich hab nicht gefunden, warum ich eine Dings-Zaufe habe. Hab einen. Im Haus. Mein Gegner ist fett abgehoben. Wo ist er jetzt? Soll er herkommen, Alter. Da. Endlich. Er war sogar Türke. Er macht das Unmögliche möglich. Er kommt mal gleich zum Haus, Digga. Weil ich bin hier alleine und ich hab gerade mal einen Gold. Ich glaub, deine Mates kommen gleich. Leute, ich hab zwei geholt. Der letzte hat mich... Oh, Mann, da. What? Ich hab zwei geholt, einer hat mich dann am Ende geholt, Mann. Ich hatte kein Leben mehr. Hier, der fand seit dem Gulag, Digga. Wie wurden denn so einen Container geholt? Voll droh dich, yo. Hm, was war's? Oha. Dann bin ich alle tot, einfach. Ja, ich lebe ja noch. Fängt schon gut an. Ja, du verlebst du noch. Ey, Barisch. Also Barisch 2. Der andere Barisch. Ja, wer ist Barisch 2? Bodo, ich bin Barisch 2. Schreit, reit, reit, reit. Du hast gar nichts gemacht. Nein, also Barisch, nicht Kara, sondern der andere. Ja. Diese Serie, was du mir vorgeschlagen hast, diese Sweet, heißt die, oder? Sweet, ja. Sweet. Bruder, eigentlich wollte ich die anfangen, gell? Aber dann habe ich mich doch nicht getraut. Ich habe jetzt vier Blocks angefangen, auf Amazon Prime. Bruder, die Serie ist auch wild, Digga. Welche? Vier Blocks, oder? Vier Blocks. Mit Wazel. Ja, vier Blocks soll krass sein. Ja, Wazel, gell? Abus, Bro. Ganz. Jetzt habe ich ein besseres Bild von dem. Ich schwör. Warte. Ah, ich mag keinen Läufer, Digga. Boah, ich habe ihn geholt. Wild. Ich habe heute mit Lupin angefangen, Alter. Lupi. Und, wie ist es? Bruder, Wallaby. Bruder, wie gesagt, seit drei Jahren fang ich mit dieser Serie an. Die ich euch empfohlen habe, keiner verstanden, Digga. Wie das tut? Ja, Mann. Bruder, das gucke ich als nächstes auf jeden Fall. Aber Lupin hat mich richtig angefangen. Ich habe es im Trailer gesehen. Bruder, das hat abgestatten. Da ist einer, gell? Hast du gesehen, Bartisch? Der ist ja gelandet. Hast du gesehen? Bruder, warte, ich gehst auch auf den Spielfang. Da sind zwei. Du, da geht er weg, Bruder. Du hast eine Rasse, Bro. Oha, der hat mich mit der Rade getroffen, Bro. Ich zick den. Ich zick den. Oh mein Gott, Digga, du hast ja mies gesandwiched. Ja, Bruder. Oha. Digga, das war echt richtig. Wallah. Aber dann, Bruder, wie sieht es bei dir aus? Oha, was hast du bei so hoch? Bruder, ich bin jetzt da. Sehr schlecht, Bruder. Sehr, sehr stark, Digga. Ja. Ich überlege, ob ich nochmal zur Ausrüstungstifon gehe. Bist du da letztes Mal gestorben? Ja, das stimmt. Das ist sehr, sehr risky. Wenn, dann würde ich sagen, lass auf dem Leuchtturm und checkt dann ab. Ja, Leuchtturm. Ja, Leuchtturm. Perfekt. Hey, Baruch, du kennst keine Apps im App Store, oder? Welche? Mit denen man irgendwie Fotos werben kann. Also, fanglämmäßig. Es gibt Photoshop Mobile, aber das musst du kaufen halt, ne? Das ist eklig. Nee, nee, kaufen ist kein Problem. Ich habe so eine App Store-Karte als Geburtstag bekommen. Nee, nee, das Ding ist diese Photoshop, Bruder. Aber das ist Abo, oder? Ja, ja, das ist das eklige Abo. Das fackt mich ab, Alter. Das ist dreckig. Das ist dreckig, Alter. Du fragst wegen deinem iPad, ne? Das habe ich schon gesehen. Ja, Bruder, ich habe ja jetzt iPad und alles. Und ich denke mir so, eigentlich ist es schon entspannt, wenn du im Bett liegt, Sonntag kurz bevor Releases, kann man so einfach im Bett so ein Thumbnail machen, weißt du? Ja. Das wäre mies geil. Oh, die PS. Was? PS-Touch, das kannst du cracken, auf das für Tablets und so, also für... Ich halte mich da komplett raus, was Cracken angeht. Ach, du crackst auch gar nicht? Okay, Bruder. Schnell! Vielleicht kann man es cracken. Nein, Bruder. Cracken könnte ich schon machen lassen. Mein Bruder hat es damals auf PSP, weißt du, hat da alle Spiele gecrackt. Ja, da gab es auch bei DS immer diese CDs, wo du diese kleinen Karten, wo du alle Spiele hattest. Man konnte alles machen. Ja, Bruder. Er kann alles machen, aber Bro, ich will da mich komplett raushalten. Eher, von mir hat sich Sony Vegas gecrackt, weißt du? Und dann? Ja, hat da einfach... Ich benutze das immer noch. Aber hast du schlechte Erfahrungen damit, oder warum hältst du dich fern? Ich halte mich komplett. Es ist ja illegal, Bro. So, keine Ahnung, du musst dir vorstellen, ich bin so komplett dieser Allmann, was sowas angeht, weißt du, was rechtliche Sachen angeht. Wala, ich werde gleich behindert. Ich finde diese Truhe hier nicht. Vielleicht ist du auf dem Dach, bist du auf dem Dach. Nein, nein, da war ich schon, da war ich schon. Ja, Bruder, kann ich verstehen, Wallah. Allach, Belang, wer ist schon vorbeigelaufen. Ich will endlich, ich muss der End aufpassen, Jani. Hey. Ich höre doch gleich, Wallah, heute läuft alles schief. Sind immer noch nicht? Doch, ich bin drin, aber Bruder. Auf einmal Rosen wurde falsch geschlossen. Ich drück Ja, ganze Grafikeinstellung komplett weg. Ich muss wieder neu machen. Oh, das ist ja Müll. Das, wenn das übernimmt nicht mal. Was muss denn an der Grafik alles einstellen? Oh, Baba ey, der PC rasiert richtig, guck mal. Kein Stream. Ich hab coolste Einstellung. 1,3% CPU-Office. Das ist so Sanky, ich streame gar nicht. Ich denke, jeder. Dachte ich auch. Aber anscheinend kann er. Hast du das nie ausprobiert? Weil ich dachte, er kann das nicht. Weil ich dachte, Anja, allein das hier schon, dass das gerade mal mit 70,8 Tfps läuft. Was, der Streaming bei wird richtig abkacken, aber wer schafft das voll gut? Hätte ich gar nicht mehr gerechnet. 1,3 CPU-Auslastung. Das ist so, als wäre der Streaming gar nicht da. 2,3 CPU-Auslastung. Soll ich alles spiele? Ich wollte das Rekord auf die Tiga, aber wenn ich nicht aufmassen, weil ich mir dachte, ey, ich bin die Flazy. Ja, Mann. Ja, Mann. Ja, Mann. Ja, Mann. Mann, Mann, Mann. Mann, 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 Mann. Mann, 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 Mann. Soll ich alles spiele? Sowieso da hätte ich verfügbar, denn. Ich hab geguckt. Es gibt noch ein paar Seiten. Die haben mich gefragt. Ich hab gesagt, erst mal nichts verfügbar machen. Erst mal nichts. Du hast mit Sony geschworen. Mich auch nur. Oh, Leidigung. Ich kann nicht mehr runtergehen, weißt du? Hast du noch eine Granate? Nee, du hast keine, ne? Nein, nein, ich hab auch zu sehen geworfen. Rollo, es ist ja nicht Mission, ey. Oha! Tja, das kann mich gar nicht stoppen. Ich bin im Haus. Manchmal gibt's jetzt die ekligen Bugs, dass ich durch den Fenster das triff. Weißt du, bei Baustelle? Ja, bei mir. Oh mein Gott, so oft, gell. Ja, das ist echt egal. Vorletzte Runde auch. Einfach. Ich bin irgendwo drin, auf einmal kommt das. Ich denk mir so, passiert schon nichts, gell. Zack, weg. Oha! Die Junge, der hat sich diese Dingser gekauft. Ja, ja, der hat sich grünen Schüsse. Oh! Nein! Ey, der hat mich so oft passiert, ne? Adam, bist du da oder nicht? Wie? Du da? Adam. Ja. Bist du da? Ja. Okay, tamam. Ja. Was schaut ihr gerade für eine Serie? Blu-Porn, Digga. Wie narrow ist du? So mag ich. Okay. Okay. Aber einfach... Adam, du bist nicht mal im Rollzone drin, ne? Der weiß... Was? Adam, du bist nicht mal im Rollzone drin, ne? Und wenn ich das eine mache und das andere. Okay. Aber der weiß ist schon fertig, also alles ist schon rüber, am letzten... Genau, da kann ich mich löschen, also... Ich kann das auf dem doch, du kannst doch auf meinem Macbook machen. Na, mach mal. Ich sag doch mal im... Ich sag doch mal im... Ich sag doch mal im... Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Hey Siri, öffnet mir Dokumentenort. Ja, warum ist das mein Siri an? Mein Baba. Hey Siri, zeig dir meine... Einfach, wenn er mir dort meinen Siri angenommen hat. Hey Siri, was wird da? Reicht doch, ja. Will ich mein Handy ausmachen, der hat. Hey Siri, wie wird mein Rest des Tags aussehen? Ich muss aber der Baba uns doch aufhören. Ich muss kurz einrichten, nachher ist fertig. Ich check dich. So, guck mal. Wir müssen einen Win holen, Jungs. Irgendwann noch meine Grafik entfernen. Lass wir uns landen, weil wir werden immer gesendet. Immer gesendet. Okay, hast du eine Idee? Jungs, dein blaues Land, deinem großen Horn. Nein, nein, nein. Einfach hier. Wo jetzt genau, welcher Punkt? Gliela, blau, orange? Ich gehe blau einfach. Okay, Tamam, lass blau. Ich werde am längsten überleben. Hey Bruder, ich bin schon unten. Ich gehe zu blau. Ach du Scheiße, Digga. Oh nein, wir haben unser Team gesplittet, Digga. Das ist nicht so gut. Ja, ich bin bei euch. 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 Ja, scheiße, ich habe eine Suchmission aufgehoben. Oh. Ups. Oh, der Jungs. Der war ja schon eingelassen. Ah, ne, alle sind da. Alhamdulillah, Gott gave me. Oh, bei der Suchmission sind Gegner. Kann jemand bitte die ganze Markierung wegmachen, bevor ich noch Aids bekomme? Obla. Gleich, Jungs, gleich. Obla, mein Scheiß, FPS will nicht runtergehen. Wann sein, ich weiß nicht. Na, mach höher, Digga. Was heißt, ich bin der Grafikkarte drin? Äh, 16,50. Oh, ist schon stabil, Bruder. Ja, ich weiß. Warte, was ist das, ey? So, ich wollte mir eigentlich, ich wollte mir eigentlich heftiger, Bruder, aber ich hatte gar keine Geduld mehr. Deswegen, ich war einfach... Wie viel GB hat die? Äh... Sechs, oder? Boah, ich hab ja nicht mehr Tusch bekommen. Ich weiß nicht, ich glaube schon sechs. Sechs, ja, ja, sechs oder vier. Jungs, ich habe den Stress ein bisschen. Meiner hat vier. Ich habe die 980 GTX. 980, ja, wie geht auch. Hier ist einer in mir. Oh, hier unten. Hab ihn. Oh, ist der da hinten. Bei mir kommt noch einer. Ich sehe absolut sehr, sehr viel. Digga, ich wurde gesandwiched, Jungs. Ich hätte beide geholt, ehrlich. Boah, ich hätte die wirklich geholt, Alter. Warte, ich muss doch alleine. Digga, ich habe jetzt eine. Scheiße, Digga, was mache ich hier? Oh, ich spiele gerade auf 144 FPS. Ich will eigentlich auf 60 spielen. Ich will auch noch meine FPS hochjagen, Digga, aber das würde mir nichts bringen. Ja, deswegen, ja. Fack dann ab. Weil das meine Grafikkarte ist... Allahum. Gott, Digga. Jungs, bei mir ist es zu viel. Bruder, warte, ich habe Schild, Bruder. Äh, du konntest dich gleich hinter mir verstecken. Ich habe einen. Ey, Jungs, bitte kommt. Walla, sehr, sehr gefährlich hier. Bei mir ist es gefährlich. Bruder, ich bin mit Eingang nicht, Bruder. Lass mich schon einmal durch den ganzen Haus gegangen. Ich habe Eingang nicht gefunden. Ich bin wieder back in the business. Oh! Für Ausrüstung. Hey, Natschan, Kuseng. Kuseng, was machst du da? Oh mein Gott. Hier sind welche. Bei mir sind welche, ich bin tot. Bruder, bleib hinter mir, Bruder, bleib hinter mir, bleib hinter mir. Oh mein Gott, Digga, er ist zu low, Bar. Ich mag Walla, einen Schuss oder so, der ist weg. Jungs, ich komme zu euch, Jungs, ich komme zu euch. Auf dem Weg, bis mein LMG krank kam, Bruder, war ich weg, Digga. Jungs, soll ich zu euch? Nein, nein, wir sind schon tot. Das ist der Gulag. Überlebe, um erneut eingesetzt zu werden. Einschossen? Alte Durchkumpel, du bist schon bald wieder draußen. Das nenne ich mal einen richtigen Kampf. Mach dich bereit, du bist als nächstes dran. Aber dann hast du Mut. Im selben Gulag? Kannst du Musik ausmachen? Oh! Oder da landen bei den ganzen Afrika. Ganzes Team ist bei dir. Bei mir? Ja. Bei mir? Ah, nein, nicht bei dir, nicht bei dir. Komm an, komm an. Wo sind die, Bakimann? Äh, bei hinten. Ab ihn. Oh mein Gott, Digga. Sehr, sehr knappe Hase. Bade, ich bleib mal in der Luft. Dann lass sie sein zur Ausrüstungstifon. Geben, ich weiß nicht, weil ich will. Ich bin in der Luft. Khadr. Auf Afghansch. Khadr. Kennst du das, kannst du das, auf Arabisch Alphabet, kannst du das? Äh, ja. E? Also, Alf, B, T, C, also bei Khaf. Muss man mit Khaf schreiben. Achso, okay. Ich bin fast weg, Jungs. Ich bin fast weg. Oh mein Gott, ich auch, Digga. Okay, Bruder, weiß ich Bescheid. Ich brauche irgendwo hin, Digga. Hey, Jungs, ich bin weg. Was? Komm her, komm her, komm her. Mach die Tür zu, mach die Tür zu, mach die Tür zuerst. Aram, du wirst mich gebetet, jetzt. Oh mein Gott, ja! Bruder, nirgendwo ist auch sicher hier. Ah, hier ist die Wäsche. Hey, Schildbreak, Schildbreak, Schildbreak. Ich kann ihm Schildbreak gegen ihn. Oh, Allah, oh, Allahum. Ich habe schon das miesstens Weg gehabt. Alter, das geht nie ab, Juh. Hey, Jungs, ich schlade. Warte, ich komme gleich, Adam. Oder lebst du noch? Ja, ich lebe noch. Oha. Häusle, Lahn. Bruder, du musst sehr, sehr praktisch jetzt spielen. Wer den ersten Schlag macht, hat gewonnen. Ich bin einfach voll strecker, wenn er hinter dir ist. Oh, das wäre auch wild, das hier zu geben. Adam, er ist genau hinter dir. Dreh dich um und gib ihm ein Ding. Warte, warte. Allahum. Lauf, 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 er hat schon einen Schlag gegeben. Das kannst du nicht gewinnen. Lauf, 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 halt nicht an, halt nicht an, halt nicht an. Halt nicht an, lauf, 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 lauf. Allah, ich schlafe doch wie ein Biest. Auf dem Weg. Es geht, okay, okay, jetzt kannst du kärren. Halt die Splittergerade. Nein, jetzt war ich schicken. Jungs, ich mach... Ey, 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 ich muss kurz den Dings da neu starten. Was? Ey, warte, ich komm gleich. Ich geb mir Energie getrennt Kohlen. Ich geb mir eigentlich Energie getrennt Kohlen. Adam. Ja? Hättest du einen Move gemacht, gell? Bruder, ich hätt dein Auge geküsst. Hättest du deine Granate gehalten, vier Sekunden, und dann auf den Boden geworfen, dann wäre er auf deine Granate zugelaufen und wäre dann durch deine Granate gestorben. Oder dann ist es in einer Ecke geworfen. Ja, das hatte ich auch im Kopf, aber ich dachte, am Ende, ich platze selber von der Granate. Ja, du weißt so was. Bruder, mein Timing ist ganz wunderschön. Was soll ich da? Er ist, wo er ist. Weil ihr habt es so gut, gell? Ihr könnt einfach aufschlafen bis um 10, bis um 11. Du musst so arbeiten. Nur warum, warum, warum? Bruder, bei uns, gell, eklig. Um 8 Uhr Anwesenheitspflicht, Online-Learning, Online-Konferenz. Bei uns machen nur manche das, valla, ich bin so pro. Also wirklich nur manche. Zum Beispiel unser Schnelles wäre morgen, bruder, ich muss um 8 Uhr aufstehen. Was ist heute los? Mein Spiel packt einfach. Ihr Feige. Ich wurde einfach gekickt, Jungs. Walla, ich schmeiß meinen Kontrollen nicht weg. Digga, wir müssen absolut lieben. Nein, nein, bleib drinnen, bleib drinnen. Doch, doch, oder scheiße, doch. Wir sind 100 Inch angefangen, lass mal verlassen. Wie lange brauchst du denn, Adam? Du bist doch doch... Ah, jetzt bist du raus. Ja, ja, ich weiß, das ist problem. Ich check nicht gerade. Alles geht kaputt bei Warzone. Lass kurz auf Barys warten, dann lass wieder Barys weitergehen. Ich glaube, das sind alle. Ich glaube, das ist jetzt wieder... Oh, warum habt ihr verlassen? Adam, äh... Ja, mein Spiel stützt rein, einfach. Ja, trägt mir alle bei, einfach. Lass mal einladen, ich kann nicht beitreten. Junge, es scheint, das Korrektivonum war jetzt. Ich weiß noch nicht, aber ich habe mich auch nicht mehr, denn dann möchten sie das Spiel mal starten. So, jetzt. Oh, ich habe mich gerade einfach selber eingeladen, Digga. Geht das? Ja, ich wollte machen, aber ging nicht. Oh, ich weiß nicht. Oh, ich habe jetzt gerade gesehen, gell, bruder. Du hast iPhone 6 als Kamera. Ja. Ja, bruder. Ja, bruder, Facecam ist iPhone 6 gar nicht, ne? Passes, sehr, sehr viele Quali. Ja, bruder. Der bruder hat sich das Ding gedribbelt. Bruder, ich muss so ein Programm kaufen, das kostet vielleicht 5 Euro. Damit konnte ich dann meine... Also, ich kann jedes Handy als Facecam benutzen. Hast du gekauft? Ja, ja, ich habe mir das gekauft. Warum, warum? Bruder, es macht viel mehr Sinn. Warum soll ich mir jetzt für 100 Euro eine Webcam kaufen, die halbe Qualität wie mein Handy? Nein, 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 ich rede nicht mit dir. Ich rede gerade mit meiner Bildwiederholungsfrequenz, Junge. Ich rastgele, ich komme wieder. Ich mache das auf 60, das geht wieder auf 144. Jungs, wir müssen alle gleich das Kind nehmen, mit mir alle diesen ich und 15 Jahren, Digga. Kann ich den überhaupt nehmen? Ich muss mal gucken. Hab ich den? Eigentlich müsste ich den haben. Mann, nee, Digga, ich habe den echt nicht. Das ist so ein Typ mit Käppi, Bruder. So Vollbart-Käppi. Da musst du auf Dreieck drücken, dann kannst du umändern. Mein hat Vollbart und Bandana. Das ist der nicht, ne? Warte, guck mal, bei Operatoren, ne? Ja, ja. Bei Operatoren. Geh auf den Modern Warfare. Ja. Und dann siehst du irgendwann einen Typ mit Käpp, Digga. Mit Vollbart und Käpp. Heißt der Azur? Azur? Nein, Wert oder so. Wert? Das kann sehr gut sein, Digga. Ich hab den, glaube ich, echt... Ich hab den gar keine Scans, Jungs. Allah, hast du keine? Ich hab noch ein paar von MW damals freigeschaltet. Morty, Lurch, Relicant, D-Day. Bro, ich hab den nicht. Ja, egal, ich weiß schon. Ja, dann kannst du PS Plus gehen, Digga. Allah. Ah. Jungs. Ich will mal auch mit 144 FPS spielen, Digga. Ich stell dir mal meine... Ich stell dir mal die Qualität... Lass uns, ich sag dir, das macht gar keinen Unterschied. Bro, ich hab einen, ich hab einen 144-Hertz-Monitor, deswegen ich sehe das. Ich auch, ich auch. Ich auch. Siehst du keinen Unterschied? Bro, das... Also hier bei WoW sind eigentlich nicht, bei Fortnite, ja. Oh, bro, ich mich... Fortnite würde bestimmt bei meinem PC richtig abgeben. Was kostet dein PC, Adam? Ich hab 700 Euro bezahlt. 700? Ja. Sehr wild, Bruder. Sehr, sehr wild. Ey, warte, ich glaub, ich hab einen Schlitten, ne? Warte, ich bin dabei, wenn wir das machen. Kö. Müsstest du aber fett aufnehmen, ne? Ja, ja, ich kann normal... Wenn wir das nicht aufnehmen... Ja, ja. Deswegen ist, Adam hat eins, aber er hat keinen Führerschein. Aber wie wollen wir das fahren, Digga, weißt du? Bruder, du musst sie auf jeden Fall auch einholen. Wallah, wichtig, Digga. Das Ding ist... Digga, dieses Mofa, das wird nicht mal, das wird nicht mal so mäßig verschwimmen, weil du kaufst das vielleicht für 400 und ich kann dir mit Ansagen sagen, du wirst es für 400 auch wieder verkaufen können, weil, Digga, die haben nicht so einen fetten Wert verletzt. Vielleicht ist es doch noch teurer. Bruder, ich hab mir geschworen, nie wieder in diese Theorie-Führung reinzugehen, außer ich mach, äh, Dingster, Aufbauseminar verkackt, so Anfängeraufbauseminar, wenn ich das verkacke und dann prüfen gehen muss, dann mach ich, äh, Theorie-Führung wieder. Aber sonst nicht, Digga. Boa, Bro, ich schwöre, Mofa geht für... Das sind die halben Fragen, du hast nur 20 Fragen. Bruder, das juckt ja nicht, das juckt ja nicht, ne? Ich hab die Dingster-Fragen verkackt. Äh, die allgemeinen Fragen der Prüfung. Die allgemeinen Fragen sind auch die schwersten, finde ich, sag ich ehrlich. Die Mofa-Fragen sind easy, Bruder. Das sind so Fragen wie, äh, wenn du eine, wenn du eine Bahnschiene überfährst, musst du das im großen Winkel oder im kleinen Winkel überfahren. Ja, im großen Winkel, Digga. Normal sagst du im großen Winkel, einen. Das sind so einfache Fragen, so, das ist eigentlich logisch. Du musst es theoretisch mal lernen für die Mofa-Fragen. Aber das Eklige ist, du musst, ähm, glaube ich, 15, normal, 15 normale Fragen, also ganz normal, und danach fünf Mofa-Fragen nur. Dingster, was ist jetzt eigentlich mit deiner Prüfung? Ich klicke wieder normal, gell? Okay, was ist meine, was? Was ist mit deiner Prüfung? Boah, Bruder, ich warte noch mal den Termin. Lass alle zu grün gehen. Also ab, ab, äh, 3. Februar ungefähr, meinst du sie, äh, kannst du welche bekommen. Ich bin gespannt, Digga. Ich hoffe, ich kriegst noch ein paar Spiele auf. Ja, zu mir hat der Typ gesagt, zu mir hat der Typ gesagt, so, ja, wenn du fertig bist und so mit dein, äh, Dingster schon, äh, kannst schon in zwei Wochen rein und so. Bruder, ich bin gespannt, Digga, ich weiß nicht. Also zu mir sagt der zwei Wochen, wenn ich herzspünge. Aber ich glaube, der kommt auf alle Ragen, Digga. Oh mein Gott, ich küsse dein Herz. Oh! Hinter dir, hinter dir, hinter dir. Nein! Ich hoffe, ich komme bald rein. Ich habe doch die heftigsten Waffen. Lass mal zu diesem kleinen Holz anheben. Warte schon rüber. Komm, ey. Warte, komm. Ich stelle mal die Ränderauplösung ein bisschen runter, Digga. Ich bin mal gespannt, wie viel, auch wie viel FPS ich dann hochkomme. Ja, jetzt habe ich 100. Oh, hier sind welche, Bruder, pass auf. Mhm. Nimm ein Einsatzschild. Sehr gut. Hast du ein Problem? Ich könnte auch die Ränderauplösung unterstehen, aber lass fuck dein Mies ab. Es sieht halt übel hässlich aus, Digga. Hand aufs Herz, sieht wirklich übel hässlich aus. Hinter uns, hinter uns. Aber, ey, ich bin ehrlich, man merkt die 144 FPS mies. Oder man merkt die ehrlich, wenn du zum Beispiel im Gulag bist, Bruder, das ist tausendmal flüssiger, wenn du rutscht und alles. Oh, die sind vier, pass auf. Ich fühlte das mies. Ich habe Lendenkanalte, warte. Warte. Warte, geh weg. Oh, oh. What the fuck? Anlack. Oh, ich hab ihn, Digga. Knapper Hase. Man spielt es schon, aber, Bruder, das ist wirklich maximal hässlich aus. Ich hab's jetzt wirklich. Wir sind raus. Alter, von außen schießen wir nicht. Bruder, die spielen den kleinsten Gastmann, sieht die nicht, Bruder, die sind schwarz, man sieht die gar nicht. Ja, die Leute im Gulag sind eklig, die kleine Leute. Waaah. Ich habe ein Einsatzschild weggelegt, ne? Bruder, warte, ich bin in dieses Haus schon ganz kurz. Es kommt hinter mir. Jungs, wo seid ihr? Oh, da Hurenzinn. Digga, ich komme mal ganz kurz her. Warte, Bruder, ich bin da, ich bin da. Wenn er kommt, ich schieße. Also, Adam, Digga, mein Game läuft gerade noch 120 Meter, aber ich spüle nicht so den krassen Unterschied, seid ihr ehrlich. Geht mir platzen? Äh, warte, du musst auch die Renderauflösung hochstellen, ne? Ich habe die so tief wie möglich gemacht. Ah, nein, 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 Bruder, nein. Keine Frage, du bist die drei Leute, gehst du weg, Kateri gehst du weg, ich beschütze uns. Nein. Ich habe, ich habe einen, uh. Gehen wir weg. Was hast du für eine Grafikkarte, warte ich? Bruder, war doch keine Ahnung. Die sind alles so reingestimmt. Infidia, GTX, Kifos, 1650. Ja, Bruder, du hast 21 gleich wie ich, ich mache einfach komplett wie ich. Also, mache auch, äh, 90, 80, 1080, 1980, 1980. Ja, ja, habe ich auch. Und dann mache ich 1440 FPS. Ja, ja, aber das macht der nicht. Weltwiederholfrequenz auch 144, aber das macht der nicht. Bruder, du spielst eigentlich mit Follow-Pretion oder mit Render? Mit was? Ich spielst eigentlich mit Follow-Bildschirm oder mit Render? Weißt du auch. Nee, ich spiel mit Halbem. Ich habe meinen Monitor, ich habe also einen großen, ich habe den in zwei Teile geteilt. Also, die fungieren als zwei verschiedene. Auf der einen Seite läuft Warzone, auf der anderen Seite läuft OBS und so. Jawohl, okay. Warte, Schasco, hast du bei deinem Monitor eingestellt, dass er 144 Shards hat? Ja, 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 ist eingestellt. Ja, dann musst du, ja, sag mal. Warte, ich glaube, das geht. Du kannst nur bis 100, ne? Wie? Ja. No Rex, not fun. Warte, ich muss Kreisel. Du musst vielleicht die maximale Rende auflegen. Warte, ich muss Kreisel durchgängig zweite Gang gefahren, oder? Kann ich nochmal nehmen? Äh, ja, ich gehe Kreisel mit zweite, also mit zweiten, jetzt muss man das vorstellen, du fährst an den Kreisel ran, dann bremse ich, also dann werde ich kurz langsamer, schalte in den zweiten Gang runter und check dann einmal die Fahrradwege einmal ab und so weiter, halt absichern und dann fahre ich mit der Kupplung da durch. Also, ich arbeite mit Kupplung eigentlich, ich trete eigentlich fast nie aufs Gas. Selten. Mit Mofa? Nein, nein, jetzt während den Fahrstunden mit Auto. Achso, mit Auto. Ich fahre, äh, bei 50er Tone, 49, also Hadi fahre schneller und so. Ja, du musst die Punkt 50 halten für die Prüfung, das ist echt eklig und die Acht und halb auch drauf, wegen der neuen Regelung. Ja, Mann. Dann, ich bin einmal 50 gefahren, also fahre noch schneller. Ich so, Olo, willst du geblitzt werden? Was passiert eigentlich, wenn die geblitzt werden? Ja, Fahrschule. Fahrschule, ja. Du kriegst auch keine Punkte, gar nicht, weil die Fahrschule, du kannst auch einen Unfall bauen, du hast keine Schuld. Ja, ja, das weiß ich. Einmal durchziehen auf 30er Zone 100 fahren, Bruder, die werden komplett minus gehen. Aber wenn du Punkte kommen solltest, dann bekommt dein Fahrlehrer-Punkt. Ja, dann bekommt dein Fahrlehrer-Punkt. Alles auf seinen Nacken. Das Ding ist, ich guckst du, ich muss eigentlich bei Gefahrenbremsung nächste Stunde, Carlo, ich muss schon nächste Stunde Gefahrenbremsung machen, Digga. Digga, Gefahrenbremsung ist das chilligste Basketballer, das ist wirklich, also wenn der Prüfer das macht, das Geschenk. Es macht so Spaß. Du ballerst, ich kenn. Aber der Wagen rutscht, du bist ja. Du kannst doch diese Durchgängerampeln, so mit zwei Dings, mit zwei Lichtern. Ja, ja, diese Bedarfsampeln. Ich guck so, der Typ, er setzt sich nach hinten, er so, halt, ich vertraue dir, du sitzt jetzt vorne, er sitzt hin, er kann mir nicht helfen. Auf einmal, ich bin so auf dieser Linie, auf einmal, ich soll, also Gefahrenbremsung, so bei Fußgängern rein überschaffen, hast du fast Genick gebrochen, Digga. Boah, dieser Arasch, Digga, wie alt ist der? Bruder, auf jeden Fall, das ist ja schon kurdischer Vater, Digga. Aber ich glaube, er ist Araber, Digga. Mein Digga, der Typ redet Arabisch, Kurdisch, Türkisch, Digga, ich bin gar nicht mitkommen. Ist er Iraner, was ist er? Ich dachte, er ist Iraner. Arasch ist iranischer Name, ja. Ja, deswegen, ich dachte, er wäre Iraner. Ich Arasch. Nein, du heißt mein Fahrlehrer. Der redet einfach mit mir, kurdisch, arabisch, türkisch, ich fand nur türkisch, Junge. Aber ich hab den noch nie gesehen, ja? Ja, keine Ahnung, der. Ey, Waller, ich löscht gleich Orson, ich mach keinen Spaß, Junge, das Spiel regt mich so auf. Grafikeinstellung? Junge, ich will das auf 60 machen, ich mach Einstellungen übernehmen, ne? Ich geh wieder auf Option, geh auf Grafike, da steht 244. Egal, wenn es 244 ist. Lass mal hier hin. Nein, Bruder, das Spiel sieht dann nicht so wie normal aus, das Spiel sieht irgendwie anders aus. Ich geh hier hin. Ich geh da, wo du markiert hast, Bruder. Wenn ich sterben sollte auf deinen Nacken. Oh mein Gott, hier sind sehr, sehr viele Brays, Digga. Puh, was für Waffen ich bekommen hab, Brug. Ich hab absolut mit Soße bekommen, Digga, was willst du für mich? Okay, ich hab ansonsten geschehen bekommen. Wenn ich jetzt sterben sollte, weil ich mich schlecht bewege, dann warst du es. Micros, Wernheel, 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 Wernheel. Da stellt es einer, genau hinter diesem Karton. Habt ihr, äh, McGregor-Ansage gehört, gegen Khabib? Was hat er wieder verantwortlich? Hab ihn, K.O., hab ihn, K.O., hab ihn, K.O., hab ihn, K.O., hab ihn von hinten, K.O. Ja, da ist auch einer. Hab den, schild weg, schild weg. Boah, die Farma ist absolut geil gerade, Digga. Mit diesem Visier, Digga. Mit diesem Visier kann man die Farma absolut spielen, Digga. Hast du dieses Dings-Visier? Ähm. Kamal-Visier. Jaja, das ist krass, ja. Hallah, umfasst Wasser gefallen. Boah, Digga, sein ganzer Lutz ist das Wasser gefallen. Ja, der Typ hat sich ins Wasser zerfallen lassen. Ja. Er hat gar nichts gedönnt. Oder was? Er hat einfach eine goldene Kiste übersehen, Jungs. Lass mal hier chillen und wenn Ausrüstung ist, hinfliegen. Junge, was ist los? Aber wir müssen erstmal hier den ganzen Platz gehen. Ja, ja. Aber hier ist, glaube ich, keiner mehr. Wer fliegt mit Heli? Oder Heli explodiert gleich, hab ich das Gefühl. Ah, ich bin das. Oha, ich dachte, ich fliege das gerade nicht. Ups. Ja, stark, Digga. Jetzt gehen wir mal mit. Direkt bei uns. Komm her, lass hin. Wo sind die, wo sind die? Ich fliege hier. Diese Mucke, Digga. Ausrüstung. Oh, hast ne geile Musik. Was ist das, Bruder? Arabische Wüstenmusik. Das ist von Arash, Bruder. Von was? Von Arash, von deinem Fahrlehrer. Bruder, lass mich fliegen, Bruder. Ich mach ein bisschen Musik an. Wie macht man das aber an und aus? Bruder, das muss bei Einstellung machen. Ah, jetzt geht's. Jungs, GTA. Zäh, Schess, man kann so geil driften. Ja, das macht Spaß, Walter. Hopp, lass mal wieder zurückgehen. Wir sind da perfekt eigentlich. Ey, Bruder. Dein Heli sieht gar nicht gut aus, gell. Ich halte das Kopfett fern. Aber der hat noch ein bisschen weniger als Hälfte. Ey, ich würd sagen, lass hier bleiben, weil die Sohn wird hier rüberkommen. Wir können auch eigentlich in der Loop bleiben, theoretisch. Dann yalla. Geh. Ja, hier war, ja. Der Heli will so kaputt gehen, ey. Warte, Jungs, ich will, dass die gleich aussteigt. Ich werfe Heli auf die. Hör mal, sag Bescheid. Jetzt. Aussteigen, aussteigen. Hä, ich kann nicht aussteigen. Ah, hier, jetzt doch. Ups. Kommt wieder zurück. Heli auf die, Bruder. Du hast... Allahum, was haben die für ein A-Mos? Oh mein Gott, ich konnte nicht mal Waffen wechseln. Geiste, Digga. Die sollen sie kurz zeigen. Ah, CD, CD, die kommen, die kommen. Ich hab einen von denen, ich hab einen von denen. Komm, Jungs, die kommen. Er belebt ihn wieder. Boah, fast hätte ich ihm gegeben. So, der Start, pass auf. So, der End, sieht die? Bin absolut irgendwo bei dieser... Ja, eh, noch einen, noch einen. Okay. Er war ein Schuss, Junge. Ein Schuss. Ich hab grad zwei von denen Wops genommen, Digga. Aber der eine wurde wieder belebt. Nein, hey, Bruder, was hat die für ihn, no? Bruder, du musst mir helfen, Bruder. Ich sag, wo der ist. Bin schon weg, Bruder. Nein, nein, der andere. Ich ging ganz gut, ich pissen, ja? Ja. Ich hab's, Jungs. Einfach, oh, Digga. Ich hab grad so viel verschluckt, Digga. Kann er das auch tot? Scheißen. Ey, Ausrüstungslieferung ist weg, ne? Ja. Aber dann lande du bei den Zelten. Lande du bei den Zelten, dann kannst du dir in der Waffe. Ich sag dir, wo der ist, Baris, okay? Ich weiß, wo der hingeht. Er geht von rechts, er geht von rechts. Ich wusste, weil er alle rennt immer da lang, Digga. Alter, Monat ist gut. Selten bin ich. Alter. Ich hab keinen Gegner bekommen. Wird aber locker gleich fett aufgeben. Dingster. Äh, bei Gefäng... Baustelle sind welche. Ja, Bruder, ich hab nur eine Salve und die ist mies. Ich hab gar nichts mehr. Boah, ich hab gar nichts mehr. Oh, Hayate. 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 Oh, ach. Hayate. Schwein laut, Hayate. Ah, dann komm mal mit, ich geh ins Haus rein. Ich geh ins Clusterschlag rein, komm, Baris, Baris, Baris. Ich geh ganz kurz Baris holen, oder Kader, egal, wer jetzt erst hier oben ist. Ah, sieg den, die kosten 2k beide. Ah, mein Name ist Pokémon. Mach, mach, mach. Ah, mach. Wie kann, was denn da passiert? Alles Adam's Schuld, Junge. Ah, okay, der eine, das ist deine Schuld. Dachtest du auch, die kosten 800 Euro? Was denn passiert, Alter? Ich hab gesehen, die Wart bei dieser Container. Junge, der eine will mit 800 Euro einen von euch holen, weil es Schlussverkauf war. Aber wird Leute holen auch günstiger? Ja, aber um 800 Euro. Was hat Kader für ein Lachflaschland? Ups. Boah, yo. Baris? Ja? Hast du eigentlich Dings angeschaut? Benye Afed? Benye Afed? Die Serie oder was? Ja. Ja. Boah, keine Ahnung, ja. Findest du nur der türkische Serien-Typ, ja? Ich dachte so, alle türkischen schauen, so eine türkische Serien. Wollah, mir ist das zu lang, Digga. Die eine voll geht zu euch hin. Aber, wollen wir 1 gegen 1 machen? Nein, halbe Stunde dauert es nicht. Was? Wollen wir 1 gegen 1 Fuß da machen? Aber 800. Komm! Aber mit Bowlingkugel. Mit Bowlingkugel. Ach, warte, schau. Wir will uns töten. Hast du Angst denn da was, Junge? Hast du mit Bowlingkugel, Junge? Wollah, Junge. Ich hab's gar nicht richtig gemacht. Ja, schlag, ey. Das muss sich einer vorstellen. Morgen kommt... Was kommt morgen? Isas Freund will bei mir Haare schneiden, ne? Ja. Was passiert? Er nimmt einfach seinen Vater und seinen kleinen Bruder mit. Ich muss einfach für seinen Vater Haare schneiden. Das wird so cringe. Mein Vater ist einfach so ein Däder, musst du vorstellen. Hab's ihm auch direkt noch null gemacht? Scheiße. Nein, das kommt ja morgen, Bruder. Das ist so richtig cringe. Mein Vater arbeitet und Stefan, du chillst einfach mit irgendeinem Vater, den du gar nicht kennst. Du musst seine Söhne die Haare schneiden, du musst ihnen Haare schneiden. Bruder, würde Art dann so zehn Minuten von mir wohnen, ich würde fett zu ihnen Haare schneiden gehen, Digga. Bruder, ja, warte. Schneid nächstes Mal, ich bin dabei. Der Vater von einem Kumpel von mir hat mir mal die Haare geschnitten. Im Keller, okay? Und mein Kumpel ist kurz hochgegangen und es war so cringe allein mit seinem Vater, gell? Er so, wie läuft Schule? Welche Schule bist du? So diese Smalltalk mäßig, heißt. Oh nein, diese typischen Vatergespräche, Digga. Wala cringe. Ja man, kurischer Vater, heißt. Aber mies korrekt, richtig korrekt, der Typ. Also, er als Vater, dass er meine Haare macht, denk ich mir so, wer bin ich, dass er meine Haare macht, heißt. Hat er gut geschnitten, wenigstens? Ja, es ging. Aber er hatte selten auch null gemacht, was hat er denn gemacht? Naja, null. Stark, keiner wollte reden. Ja, na klar. Bruder. Nein, irgendjemand, du sagst, stark und so, und auf einmal keiner antwortet. Kann man vielleicht da ratkommen? Ey Jungs, es sind sehr, sehr viele Brees und Taviks. Lass mal ins Haus. Mir beim Haus, komm zu meinem Haus, komm zu meinem Haus. Ey Jungs, jemand hat jemanden im Shop gekauft. Ja, ich hab's gesehen. Ne, das ist kein Shop, der hat, der macht da ne Dings, diese Capture Mission. Ah, da, 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 da. Hallo, hallo, warte ich, warte ich, wo bist du, wo bist du? Hab den. Ich bin weg. Aber bei mir war doch einer, hier. Bruder, ich feier Oblak. Oh mein Gott. Was? Egal, ich muss einen mit Sniper holen, Mann. Was ist mit mir los? Ich weiß morgen nicht, was sie fragen. Ich bin gegen einen mit Sniper. Karte, versuch mal zu überleben. Wenn ich Grulack nicht schaffe, kauf mich mal frei. Oh mein Gott, ich hab mich getroffen mit Sniper. Jungs, da ist unser Kaufgeld. Jungs, da ist unser Kaufgeld. Gute Fett geholt, Bruder. Stark, der. Ist dann gerade noch von einer Sekunde. Oh mein Gott, Shopping. Wo sind denn die Brils? Wo sind denn die Brils? Was wird da gelabert? Bei wem wird da gelabert? Oh! Was? Der Gottlose, der schittert in der Ecke. Oh mein Gott, guck mal wie der da rausgesprungen ist. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Haben wir Ausrüstung irgendwo? Ja. Ja. Ja, 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 ja. Sauber? Ja. Ich hoffe doch. Oh, wei, yo. Perfektes Timing. Wallah, sehr, sehr stark. Hast du Sniper-Munition, Bruder? Ja, bis sofort. Und ein bisschen... Hast du Sniper und Pistol? Äh... Pistol hab ich nur 30. Guck mal, bitte. Wie viel brauchst du denn? Äh, 30. Ich hab auch dann nur noch 0. Ach, du hast auch ne MP. Ich dachte, du hast keine MP. Okay, egal, dann behalten. Nein, nein, ich hab auch ne MP. Also, so, 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 so. Und dann, wenn du mal... Komm mal hier irgendwie aufs Dach? Weil ich hab ne Sniper, Digga. Wird gerne auf den Leuchtturm. Wie kommt man auf den Leuchtturm? Warte, ich kann dir jetzt 30 geben. Ich kann dir jetzt 30 geben. Jungs, Schussverkauf. Schussverkauf. Erstmal direkt dahin. Was los? Bruder, nein. Bruder, Ausbruch. Nicht Schussverkauf, oder? Ach so, scheiße. Ja, doch, Ausbruch. Komm hier zu mir. Ich hab Scharfschützen, noch nie alles. Geh mal bitte. Prost, Digga. Dankeschön. Oh, bei euch sind Gegner. Ehrlich? Ja, 50 Meter. Doch, doch, doch. Nein, guck mal auf Adams Kopfgeld. Oha, stimmt. Ey, Jungs, geht mich mal freikaufen. Geht mich mal kaufen, geht mich mal kaufen. Warte, ich geh du mich mal holen. Ja, ich geh dich holen. Ich kann dich gar nicht holen. Ich bin wieder da. Ich kann dich holen. Wieder Einstieg. Jungs, sind bei der Ausflug Jungs, Liffon. Ihr müssen mich... Wo seid ihr, Lü? Wir sehen dich schon, wir haben dich im Visier. Oh nein, es ist bug, Digga. Oh nein, Digga. Warte, ich versuch zu safen. Ich bin hier, hab dich mit Sniper im Visier. Auf Finder auf Barsen. Ja, die kommt man auf den Leuchtturm. Komm her, ich sag dir. Von hier? Da ist doch ein Leiter oben Ey Jungs, 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 Warte, Warte, komm her, komm her, schnell, lauf, lauf, lauf Wow, 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 wow Lauf, lauf, schnell, wie du kannst Ein Gegner bei dir? Wo? Hier, komm her, du musst ihnen einen Sniper geben, du musst ihnen einen Sniper geben Jawohl, Digga, ich hab Granat rein gewonnen Hier, Bruder, hier zu mir Wo genau? Hab den, Bruder, hab den Oh mein Gott, war's noch einer? Ich hab den, ich hab den, Adam Hier, hier Aha Hab ich mir einen Schuss gegeben? Wallah, rein, du bist dein eigenes Fenster, Digga, Wallah Der ist mit Arme, Digga, komm ich einfach auf Ich schwör's dir Ey, ich schieß mit, Bruder, ich bin so ein Esel, ne Ich schieß einfach mit, äh Pistole Nein, wie heißt das? Bruder, ich kann gar kein Deutsch mehr hören Jungs, gib mir Rückendeckung Auf dem Dach, Jungs Nein, Bruder Hast du den? Er ist Low Ah, Scheiße Jungs, gib mir Rückendeckung, ich mal, ich versuch jetzt was Wo bist du? Ah, ist auch einer Da bist du aufgegessen, da sind zwei Leute, glaub ich Jaja, ich hab die alle im Visier Ah, da, 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 da ist auch einer Jungs, da sind zwei Leute im Gebäude Ah, Scheiße Junge, da sind wir wie hinten, aber die kann nicht Adam, guck du aufs Dach, ich guck auf unten Das sind zwei Teams Ja, okay, unten war einer, der ist grad durchgelaufen Na ja, da, da haben wir, haben wir, haben wir Junge, ich treff grad nichts Hinter uns sind auch Hab ihn Oh, Jungs Nein Ey, ich hab die bisschen armung, Jungs Bisschen armung, ich hab nur 14 Warte, ich kann dir alles geben Ich hab null, Bruder Ach, was Ey, wir müssen rein Da oben steht einer Ey, wir müssen rein, Jungs Nein, müssen wir nicht, weil da sind zwei Leute unten Ja, Scheiß drauf, wir sind zu dritt Ja Das wird nicht klappen, Bruder Mann, du bist alleine reingegangen Ja, aber tropfen, die warten da Zwei sind oben, zwei sind unten Zieh mir an Pass auf, okay, äh, Jeter, pass auf Jaja, ich hab ihn gesehen Ich hab ihn getroffen Ich hab nur noch neun Moon Dann hast du vielleicht einen Jungs, komm zu uns, hinter uns, hinter uns, hinter uns Hinter uns Echt, zurück Die sind im Gebäude drin, ne? Das wär ein bisschen Moon Was für Moon? Äh, ah, ja Bruder, ich hab null Ich hab einen gesehen, vor Moon Jungs, ich glaub, die kommen zu uns rein Pass auf Ich pass auf vorne auf, sag mir selbst Die sind hier, glaub ich Die sind hier, glaub ich 16 Meter, ja, ja Ich bin unten im Keller Bruder, ich will die da wegholen, weil wir haben hier kaum nicht weggeballert Digga, die Nerven da hinten, ja, Waller, die mich viel mit uns verstecken Aber hinter uns ist erstmal wichtiger, Digga, ich sag euch Ja, aber das Gute wär, wenn wir jetzt hier rüberkommen Oh, im Nebenzimmer Im Nebenfenster, Digga Hinter dir, hinter dir, hinter dir Unten ist auch einer, pass auf, geh Aha, aha, aha Amunokin Nein Komm zu mir, komm zu mir, komm zu mir Gut fahren, Digga Kommt rein, er kommt rein, er kommt rein, pass auf Ab ihn Gut Da kommt noch einer, da kommt noch einer, da kommt noch einer Da kommt noch einer Ah, siegt den Von unten, von unten, von unten Digga, was? Oh mein Gott Oh mein Gott What ein Mülljahr Boah, ich hab schon sehr viel Müll erlebt, aber nicht sowas Jungs, was ist euer erstes Lied, was ihr im Auto pumpt, wenn ihr zum ersten Mal alle im Auto fahren dürft? Lass cruisen Hadigel Lass cruisen Guck mal Digga, das wusste ich ja, dass so ein Deutschrap geht Sorry, deine Kometprog, Smug Digga, ich rufe All eyes on me von Tupac Das erste, was ich mache, All eyes on me von Tupac, Digga Oh, nein, das ist ein bisschen sein Film Ich bin Tupac, Junge, ich hab Tupac gefunden, Junge Ich hab noch einen Ich hab noch einen Ich hab noch einen Hadegel, 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 Hadegel Hadegel Also mein erstes Auto ganz alleine zum ersten Mal war von Shindy Bitte kein Sonne Das hat mir so ein Ohm damals verpasst, gell Aber warum schießt du hier, One? Oh, ich mach grad Luftkampf mit Fallschirmen Ach, sieg die Walla, ich bin Ah, nee, geh, 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 geh Bruder, Krieg 6 ist auch voll heftig, ich schwörste euch Krieg 6 ist krank Echt wild, Bruder Ist wie ein Sniper, Digga, ich schwörste Wie ein Sniper, Bruder Die ballert richtig rein Das ist wie schwöre LMG Ja Das Rollen, der hat auch nicht so viel Rückschuss gestoßen, ne? Bruder, ich sag, ist wie ein Sniper, Digga, es ist einfach wie ein Diese zweite Waffe, ne? Ja, ja, diese Krieg Bruder, die ist geil, Digga, die hat mich einmal gerade gewackelt, Digga Wohin gehen wir? Der Hälte? Ja Ich würd sagen Ja, das hätte ich Sonst hätte ich gesagt, lass wieder hier nach unten gehen, aber ist nicht in der Zone Boi, Jungs, wir müssen jetzt mal probieren müssen So, Solo vs. Squad, also wir als Squad fliegen Aber jeder darf sich einen Spot aussuchen Ja, viel anders jetzt machen, lange es jetzt machen Willst du machen? Komm her, let's go Ja, ich geh hier hin Ich geh dabei Jungs, ich geh dahin Geh hier hin Ich flicke, ich flicke hier hin Ja, Lathena, ich hab gleich Herz, Digga, wo ich nur zum BD gehe Oh mein Gott, Digga, ich hab schon Angst Geh dahin, Jungs Boah, ganz Afrika landet dort Bei mir ist safe gerade Hier fett ne Sniper gepackt Oh, bei mir ist sogar einer Oha, ich hab 8K, Lo Oh, wie parra ich hab, Lo Nein, nein, meine Waffe musst du nachladen So, Adam, das war's mit dir, Bruder Nein, er hat ja noch ne Chance mit Gulag Die dürfen uns halt nur nicht treffen Bruder, ich hab den noch Ich hab den doch geholt, nur meine Waffe lebt nach Ich hab gewonnen, Jungs Sehr stark, Bruder Ah, du fängst grad für dich selber, Bruder Du musst grad für dich selber überleben Hä, ich sag doch nur Ich hab gewonnen Warte, ich sag grad meine Gegner, Digga Hä, die Geld, lass cruisen Herr, warte, wenn jemand von uns stirbt Freunde werden zu Feinde Äh, wenn jemand stirbt und sagen mal Baris ist tot Und der hat Gulag verloren Wir haben das Geld, kaufen wir ihn dann frei oder nicht? Ja, ja, wir kaufen ihn frei Wenn's gut läuft dann schon Oder, oder wollen wir einfach so auf Ego So auf Oh nein, wir kaufen frei Wir machen's Guck mal, wir machen so, wer die Also, wir Zweite Welle überlebt mäßig Nach der zweiten Welle Dann kommen wir wieder zusammen mäßig Oh nein! Ich werd nicht meine erste Welle überleben Erlassung zu Zweite Welle Ich hab grad einfach nach oben geguckt und der Brewer unten Bruder, das sind Fakten, Bruder Das ist echt weg gelaufen Bruder, das sind Statements Wow! Kann der dann fast 10k? Ja Aus einer Kiste hab ich 8 Tore rausbekommen Der Karte ist Rich Rich Jungs, ich geh zur Ausrüstungsniveau und wir treffen ihn später, Digga Also zuerst geh ich schon Nur wenn du mal Ich hab immer Helichopter Helichopter Warte, ich hab gehört, du holst mich ab Bruder, jeder kämpft für sich selber, Bruder Ich spiel diese Ausrüstungsniveau Wala Die Herzchen sind so ins Herz, Junge, gerade in dieser Situation Hm Du bist doch gestorben Du bist doch gestorben Und dann bin ich hergekommen Dann du hast Gulag überlebt Dann bin ich jetzt wieder da Also dann bist du wieder hergekommen Als Ausrüstung sauber Du bist so ein Dreckiger, gell 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 Du bist doch gestorben, gell Du bist doch gestorben, gell Schau mal den Lieben an Nein, du bist doch Du bist doch, du warst doch von Gulag Schau dein Geld an Schau dein Geld an Oh! Nein! Nein! Ach komm Oh! Oh! Nein! Bruder, ich habe gerade meine Ausrüstung genommen Oh mein Gott Ihhh, du Bichser, digga Oh mein Gott, Herrsch Oh mein Gott, Herrsch Allah! Ich habe gerade das richtige Auge, digga Scheiße Oh, Ausbruch Ja! Ja! Scheiße Ich mache gerade richtig Auge, digga Ich mache gerade richtig Auge, digga Allah! Ich habe mies Glück gehabt Ey, ich schwöre, ich bin zum richtigen Zeitpunkt gestorben Nein! Nein! Ey, wenn ich jetzt sterbe, komm ich nur raus Dürfen lieber jetzt, wenn du kannst Hörst du dich selbst Oh mein Gott, ich wurde zu holt Ich wurde geholt Ey, buddy, vielleicht hast du noch Glück Ich bin ein Gulag Ich bin ein Gulag Oh nein! Ey, Bruder, das ist jetzt wirklich Minus Der hat mir Vollstrecker gegeben, digga Ich habe es so gesehen, Bruder Das tut mir gerade so vom Herzen leid Jungs, zwei Teams auf mich Zwei Teams auf mich Auf dem Weg Wir Ich hab dir zugeguckt in dem Moment Oh, 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 oh Weil mir sind einfach zwei Gegner, gell Also, vor mir laufen die Sof Ich kann ja alles machen Dicca, lass mich doch mal in Ruhe ALIEEE Kein Kontrollabug, Jungs, mein Kontrollabug Einfach durch weiter Boah, ich hab ihm einen Fall schon gegeben Schaut mal nimmst du Ah, Junge Wer als letztlich überlebt Was bekommt der? Wer als letztlich überlebt? Nein, einfach gar nichts, Bruder Sanky Scheiß nach Bayern oder so Hey Bruder, ich hab mich mal Pura-Schein gebraten Dicca, es nervt doch ja Nein, 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 nein Oh mein Gott, ich bin dauernd Aber selbst ihre Belebung klärt, Bruder Boah, dann kann er das ausgeschlagen Nein Ich hätte, ich hätte noch einen Kano Nein, Boah, was machst du hier? Nein Wie hab ich das geschafft? Wie hab ich das geschafft? Ich rass doch aus Ich rass doch aus Ich heule Ah, zick dir, ich glaube ich schnapp dich dauernd, Digga Ey, da links sind sehr, sehr viele Gegner, glaube ich, Bruder Ey, Pardo, du könntest einen holen, ne? Jungs, bei mir sind drei Leute, Jungs Oh Hader, hol einen, Hader, hol einen Oh nein Hader, Bruder, wenn du mich liebst, holst du dich, Bruder Ich hab gar nicht Oh Nein Scheiße Ich hab mich so erschrocken, gell? Bruder, du bist so glücklich Ey, Rulag hat gerade fast geschlossen gehabt Oh, oh Zack Ey, Pardo, das ist mies am Durchschnitt, ja? Digga, ich brauch mein Ich hab keine Schwitzkarten als mein Rücken Dein Rücken schwitzt immer, Junge Ja, Bruder, das sind so Fakten, Bruder Damit musst du leben Rückenkratzer das Beste mach Bruder, ich sag mein Rücken, äh Schwitze, sag Rückenkratzer das Beste Nein, ich hab grad Rückenkratzer her, das Boah, Bruder Bruder, sag was ich machen würde, ich würde Pies Ehrenlos machen Ich würde von Leuchtturmunterspringen dann zum Heli gehen Kann man schießen mit dem? Nein, nein, du kannst so Leute markieren Kannst du einmal abchecken wo die sind Trauerlich Aber es gibt so, äh, Lifehackup, Bruder Die machen zum Beispiel im Team Eine macht C4 an dieses An die Drohne dran Und dann fliegst du zum Gegner und zündest einfach dort Du sag was du machen kannst? Salam Er hat sich sehr schritten bestimmt Der Buster Du kannst eigentlich mit Fallschirm von oberster Etage links da runter springen Und dann eine Heli holen Ja, Bruder, ich doch Was könnte ich? Den Heli holen Geh ganz nach oben, spring runter und hol den Heli Oh mein Gott, der hat so auf mich gezielt, hast du das gesehen? Ja, ja, ja Da ist einer Uh Den hol ich mir jetzt Hätte ich den Sniper-Gast, der wäre weggegangen Oh Ich bin schon bis grau Ich bin schon bis grau Ich seh das nicht, weil wir mehr Geh nicht nach unten, geh nicht nach unten, geh nicht nach unten Geh nach oben Guter, er snack doch, ich gehe lieber nach oben Ich sag mir, der Schark, Digga Nimm Punk da mit Warte, spinn dich, Digga Keine hat einfach am längsten von uns überlebt, Digga Aber 18 Leute drauf, so im engen Raum Ich versteh das nicht, Sparys hat 650, nee Orale Handshap, ein King mit äh Über dir ist glaub ich noch einer Der ist gelockt, Bruder, scheiß auf den Oh ja, der ist gut Oh, nicht gelockt Hätte ich Sniper, Bruder Hätte ich Sniper, Bruder, das wäre so schön Über dir Über dir ganz oben Da ist 100%ig einer Ganz, ganz oben